Früher habe ich in einer Textilfabrik gearbeitet, dann ist etwas passiert und ich habe dort aufgehört. Du bist ihnen egal, wenn du einen Fehler machst, fliegst du raus." Jetzt hat Zhuzhua Wei Arbeit in der Inclusion Factory gefunden, eine Firma, die geistig Behinderter einstellt. Es gab damals, als wir angefangen hatten, noch keine Möglichkeit für einen geistig behinderten Menschen eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das haben wir geschafft, das hat die Regierung uns tatsächlich diesen Vertrauensvorschuss gegeben, dass wir unsere Mitarbeiter erst einstellen konnten. Das war die erste Skepsis, die wir hier überwinden mussten. Deutsche Firmen hier in Taizang bei Shanghai haben die Inclusion Factory gegründet. unterstützt von der Deutschen Entwicklungsgesellschaft. Die Angestellten arbeiten acht Stunden am Tag und bekommen den örtlichen Mindestlohn. Das ist Ausschuss. Das nehme ich auseinander und sie müssen es nochmal machen. Wir wollen uns an den Markt anpassen, deswegen haben wir unsere eigenen Maschinen designt. Hier ist eine rote Linie, die dürfen sie nicht überschreiten. Aber die eigentliche Sicherheitsvorkehrung ist hier. Da kommt man nicht mit der Hand rein. So arbeiten wir sicherer und vermeiden Qualitätsprobleme. Chinas Gesetze zur Inklusion entsprechen internationalen Standards. Firmen müssen Menschen mit Behinderung einstellen. Doch durchgesetzt wird das kaum. Und dort, wo Unternehmen die Quote erfüllen, werden sie selten sinnvoll eingesetzt. Die Firmen bieten Beschäftigungstherapie oder schicken sie gleich mit einem kleinen Gehalt nach Hause. Als Chu Shua Wei von der Inclusion Factory hörte, beschloss sie es zu versuchen. Als ich Bescheid bekam, dass ich hier anfangen kann, war ich sehr glücklich. Ich will arbeiten und meinen Eltern keine Sorgen bereiten. 80, 90 Prozent von uns arbeiten als Masseure. Hu Guangwei verlor sein Augenlicht als er elf war. Seit einem Jahr arbeitet er in einem Salon für traditionelle chinesische Massagen. Ich habe befürchtet, dass ich mich in anderen Jobs schwerer integrieren würde. In diesem Beruf sind Blinde anerkannt. Die meisten von Wus Kollegen sind sehbehindert, so wie der Besitzer Jia Hongan. Er war einer der ersten sehbehinderten Menschen, die als Masseure ausgebildet wurden. Die chinesische Regierung hatte damals ein Programm begonnen, um Arbeitsperspektiven für sie zu schaffen. Blinde mögen vielleicht nicht sehen, aber ihr Tastsinn ist umso feiner. Sie spüren zehn- oder hundertmal so viel wie andere. Bis heute wurden mehrere Millionen Blinde zu Masseuren ausgebildet. Massagestudios werben inzwischen damit, von Blinden geführt zu werden. Allerdings gefällt das nicht jedem. Liang Feng ist in der Inclusion Factory für Marketing zuständig. Auch er wurde als Masseur ausgebildet. Doch er fand, dass der Job nichts für ihn war. Ich hatte keine Wahl. Ich wurde für den Beruf ausgewählt, nicht andersherum. Nach der Schule habe ich gesagt, ich will meinen eigenen Weg gehen. Meine Eltern haben es nach einiger Zeit akzeptiert. Jetzt arbeitet er daran, Behinderten neue Wege zu eröffnen. Das Ziel der Inclusion Factory ist, dass ihre Angestellten eines Tages in reguläre Jobs in normalen Firmen wechseln können.